Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin der Busch. Nimm die Fang. Fangs geht los! Ah, wer wartet doch! Komm mal, kein Stress hier, ihr Mädchen! Ey, die haben schon lange nie mal gespielt. Ja, das ist gut. Wollt ihr denn hin? Wollt ihr heil? Oh nein, das kommt ja. Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Die Hände weg! Dreck, Sau! Oh! Dann komm doch mit her, ich zippere nie rum. Keine Güte, Mädchen. Es ist doch kein Problem, dich zu heilen. So, ich sollte jetzt mal den von hier anfangen. Ich habe keine Angst. Ah, ich brauche bei euch ein Haus. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Aua! 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 Ja, Aua! Ah, geh doch weg! Ich dachte, das ist nur Absicht, du Dreckviel! Oh, Bill, du bist kein Glückspräger! Aua! 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 Na ja, gut weg. Warum ja bloß so frei? Und ich bin keine Hilfe heute. Das auch nicht. Aua! 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 Na toll! Nicht weg! Das ist auch nicht so eine Stücke! Ganz komisches Licht hier. Äh... Aua! Na! Na, ich geh mal hin. Nichts! Dann ist er da runter. Ich geh mal hin. Danke, ich hab dich. Aua! Aua! Komm, wir versuchen es nochmal. Hier. Aua! Ich... Ich... Aua! Wenn ich's ein paar Punkte gemacht. Aua! 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 Der hat zwar nicht blöd gespuckt, aber... Das ist ja nicht euer Amst! Das ist ja nicht möglich. Aber ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst. Okay, dann wieder kurz erstmal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, wo ist mein Becker? Also ich versuche jetzt wenigstens die letzte zu bleiben. Ja, ich bin schrecklich. Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Hier ist ja nichts mehr! Nein! Oh, 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 oh. Schade. Dann also nochmal. Dann also nochmal. Das will nicht so richtig mit dem. Keine Ahnung. Will, so funktioniert das mit uns nicht. Sehr schön. Wir gucken kurz zu, ob es wenig noch rausschafft. Du bist schon zu, okay. Oh, okay. Gut auf, raus. Ich schalte es in die nächste Runde an. So, Runde 2. Und wir haben es gleich mit dem schlimmsten Killer überhaupt zu tun. Mit dem Lich. Gott. Gott. Entschuldigung, wenn ich dir im Weg rumgelaufen bin. Er wird zu mir da rankommen. Er wird zu mir da rankommen. Das ist eine Lampe, die ich nie benutzen kann. So. 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 ist das. So. 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 Oh So nicht, mein Fräulein. Ich will was Vernünftiges haben. Also wenn er so fliegt, sehe ich ihn. Ah, und die Hand sehe ich. Die Hand sehe ich und wenn er fliegt. Gut. Ich hätte auch kein Schild zu kämpfen. Ich finde den Weckner auch sehr schwer. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe einmal gespielt. Ich glaube, das wird nicht so schnell wieder passieren. Ich habe einen Schild. Der Wolf. 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 Von dem an. Das ist ein Wettbewerb. Ist das wo einer ist? Nein, Mann. Oh, 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 oh. Hier, Claudette, ich will das... Selber schuld. Meiner Meinung nach. Sieht relativ gut aus. Wir wollen noch nicht zu früh roben. Sieht relativ gut aus. Ich muss ein bissel obenrum rennen damit mit dir. Zieh! Du hast jetzt nur die Möglichkeit, zieh! Ich hoffe, ich bin am richtigen Ausgang. Sieh da ja auf. Wir haben es geschafft! Ich hätte sie noch nicht mal mehr retten können! Und ich habe Will geschafft! Jawoll! Jetzt kommt mein Endgegner! David! Jawoll! Oh, schön, viele Punkte gemacht! Sehr schön! Schreib doch einfach mal Englisch! Das kann kein Schwein übersetzen! Ich sehe es nicht! Aber ist egal! Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag! Und ich freue mich auch auf die nächste Runde runter! Auf Wiedersehen! Ciao! Ciao!